Irgendjemand lädt sich hier gerade mit dem Modem ein? Ah, Under Construction, genau. Stimmt, wir hatten gar keine Waffen mehr. Oh, 1, 2, 3, so viele Waffen. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal da unten hin. Das ist aber doch wirklich cool. Wir haben hier diese Bohrmaschine. Hallo. Äh, was ist eigentlich, wenn wir jetzt in den wechseln und dann das Ding in die Fresse bekommen? Geil. Oh, warte mal, da ist eine Schrot. Oh. Aber das war so lustig zum Ausprobieren. Okay, weiter, weiter, weiter. Under Construction, wir rennen jetzt erstmal hier unten hin. Yeah. Nehmen diese wunderbare Pistole. Kadutschk. Jetzt kommt, oh, Schrotflinte. Ich glaube, ich hätte in die andere Richtung rennen müssen. Ich bin zu schnell. Ich muss taktische vorgehen. Taktik, 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 so. Okay, oh. Ähm, das ist natürlich auch ein geiler Move, ne? Ich will echt nichts sagen, aber das ist ein Move. So, jetzt, äh, warte mal, steht hier noch irgendwann? Warte mal, das werfen wir da oben hin. Der dürfte jetzt gleich da oben entlanglaufen. Nein. Oh, ich kann zu dem wechseln. Ja, dann lasse ich hier einen mit einer Schrotflinte zurück. Ja, das mache ich natürlich. Warte mal, was ist das denn? Wir haben hier ein Buch. Das nehmen wir mal. Choose Body. Nee, ich will hier oben das nehmen, bitte. Ach, da muss man immer erst die Sachen wegwerfen, ne? Einen Aktenkoffer, zack. Brecheisen, zack. Eine Bohrmaschine, zock. Vielleicht könnten wir das alles hier reinwerfen. Warte mal, dann können wir uns irgendwo was draus kochen. Hier so, zack. Ach nee, geht leider nicht. Schade, was haben wir denn hier? Einen Hammer. Äh, nicht einen Hammer. Zack, weg damit. Das brauchen wir alles nicht. Wozu sollen wir das alles nehmen? Aber ich möchte es gerne nehmen. So, Pistole. Oh, Pistole weg. Dieses Ding werfen wir dem jetzt einfach gegen den Kopf. Zack. Und natürlich treffen wir nicht. Oh, da sagt das Klang gerade original. Wie der Sound aus, äh, äh, von der Schrotflinte aus Doom. Erinnert ihr euch noch? Vielleicht auch nicht, aber ich fand das Klang genauso. Oh. Und was ist da nicht, wenn wir jetzt rein wechseln? Das wäre doch geil. He, he, he. Uuuh. Uuuh. Scheiße. Wow, 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 wow. Wo ist denn die Pistole hin? Shit. Alter Schwede, die Kugel. Oh, das ist aber unfair, dass er jetzt direkt wechselt, oder? Oder? Das ist ja wohl mal ungerecht. Das war aber gar kein so schlechter Versuch, also für meine, für den kompletten Wahnsinn, den ich eben gerade ausgeliefert war. Warte mal, aber in den können wir wechseln. Ah, okay, das machen wir. Warte mal, wir gehen jetzt hier oben hin. Der Typ rennt da entlang, den können wir direkt rein wechseln in den Duda. So. Dann ist uns das einfach völlig egal, was der da macht. Und wir holen uns einfach hier die Pille. Die Pille-Pistole. Da kommt der Nächste um die Ecke. Ach, nee, komm. War das jetzt der schlechteste Schuss der Galaxie? Ach, das war der zweite schlechteste Schuss der Galaxie. Jetzt reicht's aber. Hier, nimm das. Nimm das Gewehr, danke sehr. Was? Hot Switch Ready? Ach, schon wieder. Das Problem ist halt... Das ist halt abgefahren, ja? Okay, so, den haben wir auch. Hot Switch Ready. Was hier mit dem Ding, oder was? Ach, nee. Wahrscheinlich da unten mit einem, oder sowas. Oder vielleicht mit dem da hinten. Hot Switch Into Enemy. Zack, genau. Okay. Hot Switch Ready, schon wieder. Wo ist der Hot Switch? Ach, da unten. Na, komm. You're out of ammo. Okay, dann werfen wir dem Typen das... Scheiße, 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 Scheiße. Aber wir haben uns doch eben gerade selber geschlagen. Hot. Super. Super hot. Super hot. Oh, das ist aber super. Huuu. Geschafft. Press X to capture. Ne, ich will einfach nur, äh, quit editing und weiter. Weiter. Tough day at work. Ja, natürlich. Wir nehmen unseren Koffer und gehen einfach nach Hause. Es ist ein anstrengender Tag gewesen. Hallo. Oh. He, he, Entschuldigung. Mein anstrengender Tag war es nicht mehr. Was haben wir denn hier? Oh, ein Umschalter. Hier, willst du einen Umschalter? Bitte sehr. Ah, ich hätte den Hot Switch suchen müssen. Okay, tough day at work. Ja, natürlich. Ha, hallo. Hey. Alter, der ging aber direkt. Moment mal, jetzt bin ich doch der, der ich eben gerade war. Und werde von dem nächsten, der neben mir steht, erschossen. Super. Okay, so. Hallo. Choose body again. Ja, natürlich. Wir nehmen direkt den hier. Ja, und werfen direkt. Ich finde, ich finde das doof, dass die Sachen... Ich finde das doof, dass... Oh nein. Ich finde das doof, dass dann die Sachen kaputt gehen. Das ist wirklich doof. Hab ich ja schon mal gesagt. Ach, den kann ich auch wechseln. Okay, alles klar. So, meine Waffe ist natürlich am Arsch. Ist ja klar. Ich hab ihn aber noch mitgenommen. Und das ist das Wichtigste. Und das ist das absolut Wichtigste. So. Nehmen den Koffer. Dieser Typ kriegt's erstmal voll gegen die Nase. Dieser hier... Ha! So. Harter Tag. Wir nehmen den Koffer. Wir wollen gehen. Da ist ein Typ mit einem Gewehr. Finde ich nicht gut. Wir wechseln einfach in den Typen. Ist der jetzt automatisch tot? Wahrscheinlich. Rennen hier vor. Holen uns die Schrotflinte. Er ist wahrscheinlich rechts. Nein, wo ist er? Wow! Können wir bitte... Können wir in den wechseln? Nein. Ach, können wir natürlich nicht. Wow! You're fired! Na super! Hot Switch Ready. Das ist wahrscheinlich der, der jetzt da hinten, wo es leuchtet, rauskommt. Oder vielleicht dieser. Mal gucken. Hot Switch, ja. Ach, toll! Dass die Waffe direkt kaputt ist und mir nackt da steht. Das ist wirklich... Das bringt dann... Der Hot Switch bringt so richtig was. Okay, wir machen Hot Switch. Wir gehen hier hinten, machen dies, machen das. Zack, wechseln. Choose another body. Nein, wir wechseln diesen. Zack. Und er ist tot. Nehmen die Schrotflinte, die klingt wie aus Doom. Schießen. Zack! Hot Switch Ready. Ach so, und der nächste Hot Switch. Genau, jetzt kommt wieder diese You're Fired-Geschichte. Werfen mit dem... Oh nein, so wollte ich das doch nicht. Da ist ein Telefon nicht richtig aufgelegt. Hört ihr das? Warum sollte ich jetzt einen Hot Switch machen? Versteht ihr? Das ist... Naja, das ist ja auch nur ein Angebot. Sagen wir mal so, ne? Bitte lass jetzt beide einfach erwischt sein. Weil wenn ich jetzt um die Ecke gehe und da ist noch einer... Nein. Scheiße! Natürlich kommt einer hinter mir. Das war bestimmt der Letzte. Ich wette es. Aber genauso machen wir es jetzt. Also. So, jetzt holen wir uns den, den wir natürlich nicht getroffen haben. Hot Switch Ready. Ja, genau. Jetzt gehen wir hier lang. Machen einen Bamboosti. Gegen den Kopf. Eine sehr bekannte Technik aus Indien. Warte mal, da war nix. Oh! Äh. Das war klar. Ich hätte wechseln müssen in der Sekunde. Ich hätte wechseln müssen. Ich hätte einfach wechseln müssen. Okay, bitte sehr. Hier ist der Koffer. Ha! Geile Sache. Warum rennt der jetzt eigentlich nach da vorne? Ach, diesmal, ah, weil ich den diesmal erwischt hab, den Dude. Ich hab mich selbst erschossen. Scheiße. Das war aber auch geil. Also, mir gefällt die Technik unheimlich gut. Ich, ähm. So. Jetzt gehen wir hier vornehm das Gewehr. Wow. Wow. So, jetzt kommt ihr Feiert. Jetzt kommt der hier raus, ne? Kadutschk. Kadutschk. Okay, von wo kam jetzt der Nächste? Wenn er von hier in die Ecke kam, dann ist alles gut. Genau. Bitte lass es den Letzten gewesen sein. Und nicht wieder hinter mir. Äh. Scheiße. Warte mal, wir schießen hier. Und wechseln diesen Körper aus. Dann ist der tot. Nehmen das. Schießen hier hin. Ah! Alter Schwede. Das war aber wirklich gut, du. Super. Wie, 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 wie. Super. Hot. Super. Ah, super. Super, aber wirklich super hot. Ein Gehirn. Äh, ja, bitte. Bitte noch mehr Details, bitte. Ach ja, ja, die, äh, Benutzer-Dings. Ja, genau. Ähm. Oh. Ich hätte gerne die Benutzer-Sachen nochmal genauer durchgelesen, also. Die Benutzer-Vereinbarung. Hallo, äh, Entschuldigung, bitte. Ich konnte die nicht richtig lesen. Ansonsten werde ich diesen Job nicht ausführen. Ich weigere mich. Last Call. Hallo. Ähm. Wo sind wir denn hier? Oh, ein Zug. Wir sind ab jetzt Geheimagent. Hey, fang mal. Wir können hot-switchen in den Dude. Genau, aber dann können wir nämlich jetzt die Pistole nehmen, ne? Äh. Das war, das war einfach nur blöd. Das war einfach nur blöd. So, ich hab hier einen Anruf, äh, für Sie. Herr Meier. Oh. Oh. Oh, ein Zug nach Rentenhausen. Aber jetzt kommt doch mal vor, oder soll ich mich auf der Stelle jetzt im Kreis drehen? Hot-switch ready. Hot-switch. Nein, nicht die Pistole kaputt. Ich dreh mich im Kreis. Oh. Genau, jetzt wechseln wir zu dem. Können wir mit einfach die Pistole nehmen? Nein. Nein, können wir nicht. Wow. Alter Schwede. Wow. Ach, scheiße, ey. Das ist aber wirklich so ein verrückt werden, ne? Können wir nicht einfach hier in den Bub wechseln? Ne, ne? Hier in den da, komm. Können wir in den wechseln? Bitte, verdammt. Es stand Hot-switch ready hier in den. Super. Ah. So, das letzte Telefongespräch. Wir gehen jetzt einfach in diese Richtung. Wir gehen nach hier. Es ist schön. Wir gehen nach hier. Wir gehen nach hier. Wir machen den Auftrag nicht. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt einfach in die Gleise springen? Warte mal, das machen wir auch mal. Last call. Ne, wir heben nicht ab. Wir gehen jetzt einfach und springen hier runter. So. Das bringt auch nichts, ne? Das bringt, glaube ich, gar nichts, wenn wir da runter springen. Wir müssen hier wirklich ein bisschen Telefon-Terror machen. Einfach. Ach. So. Last call. Hallo, hier ist dein Telefon. Guten Tag. Oh. Oh. Bang. Boah, ich dachte schon, das ist jetzt an seiner Schulter vorbei, ey. Das wäre es halt jetzt gewesen. Jetzt gehen wir hier vor. Hot-switch ready. Natürlich in den, der die beste Waffe hat, ist ja klar. Aber warte mal, wenn wir in den rein wechseln, dann machen wir zwei Waffen auf eine Nuss kaputt. Ich weiß, auf eine Nuss, das sagt man so nicht, aber... Nein! Ich wette, das wäre es jetzt gewesen, ne? So. Gebt die Waffe her. So, jetzt schießen wir auf den. Ich finde das doof. Ich finde das doof. So, der letzte Anruf. Guten Tag, Herr Müller, bitte heben Sie doch einfach den Apparat ab. Mh. 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 So, jetzt habe ich mich selber erschossen und kann den einfach kaputt prügeln. So. Aber... Die Pistole liegt jetzt nicht mehr auf dem Boden. Scheiße. Ah! Der letzte Anruf. Guten Tag, Herr Müller, bitte heben Sie den Apparat ab. Au. Ich hätte wechseln müssen und dann aus der Luft... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich eine gute Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir werfen das hier hoch. Gegen den Kopf. Und jetzt wechseln wir. Wenn der Typ gewechselt die Waffe aus der Hand verloren hat, jetzt fangen wir sie auf. Und schießen dem einfach... Och ne, komm. Und die... Warum hat der eigentlich auf seinen Kumpel geschossen? Ich meine, als ich gewechselt habe, waren die Kugeln in der Luft. Das ist ja seltsam. Das ist sehr mysteriös. Findet ihr das nicht auch? Jetzt kommen von hier hinten wieder die zwei Jungs. Jetzt kommt der von da. Ach ne, komm. Ich weiß, der Hot... Der Hot... Der Hot... Der Doktor Hotte. Das ist aber auch... Es ist ein Superspiel. Es ist ein Superspiel. Repeat after me. Ja, okay, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Mind is software. Okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Eingetippt, so. Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Und jetzt, und jetzt? Vielen Dank.